So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO bzw. eine neue Folge Max Out Monday. Ich habe ja ein Ziel gehabt, nachdem ich Rijiram und Sekrom gejagt habe und die auf Level 50 gepusht habe mit jeweils 100%, habe ich gesagt, viele sind jetzt nicht so begeistert, dass Kyurem kommt in seiner normalen Form, obwohl es ja neu als Shiny eingeführt wird und ich das Shiny eigentlich richtig cool finde. Ich finde Shiny Kyurem, wie gesagt, immer noch cooler, besser, heftiger als die Shiny-Varianten von Rijiram und Sekrom. Habe ich natürlich wieder einen 100er gehabt, vom letzten Mal, vom ersten Auftritt. Habe jetzt sogar ein zweites bekommen, während der Zeit, wo es da war und wollte ja wieder 1 maxen mit 100% auf Level 50. Habe ich ja bei Darkrai, Mewtwo, Lugia, das waren ja immer so kleine Etappenziele, wo ich gesagt habe, das ist mir wichtig, das möchte ich machen. Hier konnte ich es jetzt entspannt angehen lassen. Ich möchte gerne mal kurz hier rein, wir geben jetzt auch einfach mal direkt Kyurem ein und sehen, dass wir hier ein altes Kyurem haben, was Badilp heißt, weil ich damals, glaube ich, eine Einladung von Badilp bekommen habe. Und wir irgendwie den Raid gemacht haben, dann sind viele rausgegangen, das sah nicht gut aus. Dann er mit mir sozusagen fast hat den Raid alleine gemacht. Irgendein Fremder war plötzlich noch drin. Also wir haben den nicht im Duo gemacht, sondern irgendwie doch zu zweit irgendwie, keine Ahnung, was weiß ich. Auf jeden Fall gab es da plötzlich das 100er da und das fand ich so cool. Den habe ich auch damals schon hier auf Level 40 gezogen. Der hat die Best-Buddy-Schleife bekommen. Das ist also ein hundertprozentiges, sieht man hier auch vom 2.12.2020, was sehr gut ist. Das heißt nämlich genau, die haben das damals zum Jahreswechsel schon gebracht im Dezember und jetzt auch wieder. Die sind auf jeden Fall richtig schlau und machen dann hier einfach so. Was ich jetzt aber machen möchte, ist, damit es noch fetter aussieht und noch besser, Wir möchten das hier nehmen vom Seraph, weil Badil weiß ich gar nicht, wer das ist mittlerweile und Seraph ist gerade aktuell. Also wollen wir das von Seraphs Einladung aus Hassloch, Rheinland-Pfalz nehmen und dieses wollen wir heute maxen. Wir geben mal kurz einen Push dazu. Es bekommt 51 WP dazu. Damals haben alle gesagt, oh heftig 51 WP. Jetzt sieht das nicht mehr so spektakulär aus. Wir gehen direkt jetzt aber hier rüber, drücken einmal auf das Minus. Ihr seht, ich habe 334 XL-Bonbons momentan und es kommt am Mittwoch ja noch eine Raid-Stunde mit Kyurem. Also eigentlich hätte ich die ja erstmal abwarten müssen. Wer weiß, wenn das hundertprozentige Shiny kommt in der Raid-Stunde, dann hätte ich ja lieber das hochgepusht. Aber das Kyurem kommt eh wieder und wieder und wieder und alles. Dann schwarzes weißes Kyurem, alles noch hin und her. Wir pushen das jetzt einfach hier auf Level 50. Und wenn wirklich irgendwann mal ein hunderter Shiny davon kommen sollte, dann würde ich das auch auf 50 pushen. Das also der Seraph. Drache, Eis, Feuerodem, Blizzard. Ihr könnt ja mal reinschreiben, welche Attacken da sinnvoll wären oder gut wären. Ich gebe auch nochmal für eine zweite Attacke hier 100.000 aus. Also was das beste Woveset da wäre. Jetzt hat er Feuerodem, Drachenklaue und zusätzlich aber auch Blizzard. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Das werde ich jetzt erstmal drauf lassen. Den werde ich nachträglich auch auf Best Buddy ziehen, dass der eben auch seine Schleife bekommt. Ist ja auf jeden Fall eine feine Sache. 4041 klingt auf jeden Fall auch sehr gut. Wie viele Shinies haben wir jetzt bekommen? Drei Stück. Das ist an sich nicht so viel. Andere kenne ich. Die haben jetzt schon 10, 11 Shinies. Gibt natürlich auch welche, die haben gar keinen Shiny. Also drei Shiny Kyurem. Und hier seht ihr nochmal deutlich den Unterschied. Das sieht halt normal aus. Aber das sieht viel kräftiger und böser aus. Schon alleine hier, da hat sich so eine schwarze Lederhose angezogen. Während es hier noch graue Strumpfhose anhatte. Und es wirkt einfach alles irgendwie böser, diabolischer. Vor allem auch die roten Augen. Wie viele Raids haben wir jetzt insgesamt von dem Teil gemacht? Das ist noch wichtig. Da können wir hier einmal drauf gucken auf den Pokedex. 304 gesehen, 250 gefangen, 6 Glücks-Kyurem gemacht. Können wir jetzt auch umschalten. Das heißt, ich müsste damals ungefähr schon 200 Raids gemacht haben. Als es das erste Mal da war. Denn jetzt habe ich wirklich versucht, wenig zu machen. Dass ich in der Zeit auf ca. 100 Raids komme für die 300XL. Also habe ich damals mehr gemacht als jetzt. Mittlerweile weiß man ja, wie das läuft. Würde man dann nicht mehr so machen. Gleichzeitig ist am Freitag wieder der Raid-Boss-Wechsel. Und ab Freitag, wir gehen mal hier in die GoTool-App, kommt Heatran in die Raids. Da freuen sich jetzt einige, die das noch gar nicht haben. Oder die das Shiny noch brauchen. Andere sind abgefuckt und sagen, das Teil kann überhaupt gar nichts. Warum bringen die immer wieder dieselben Sachen rein? Ich finde es gut. Auch von Heatran habe ich 200%ige. Und kann da jetzt einfach gemütlich wieder 100 Raids machen für die 300XL-Bonbons. Und das nächste legendäre 100er auf 50 ziehen. Wenn jetzt hier auf Stufe 5 geht, diesmal scheint es auch einigermaßen zu passen, glaube ich, seht ihr, dass Heatran sowieso schon insgesamt höher kommt als Kyurem. Denn wenn es auf Level 20 schon mehr WP hat, hat es auch auf Level 40 mehr WP. Und es hat natürlich auch auf Level 50 dann mehr WP. Dieser 2145er-Wert ist der 100er-Wert. 2681 mit Wetterboost. Und Heatran ist einer der leichtesten Raid-Bosse mit zum Raiden, den man haben kann. Der hat ja hier Feuer und Stahl. Das heißt, meistens nimmt man, wie ihr seht, Boden. Da ja Boden gegen Feuer, gut. Boden gegen Stahl, gut. Das ist gleich also vierfach effektiv. Super, hyper, mega. Jetzt wird mich wieder jemand korrigieren. Ihr seht, hier ist auch eine Auswahl an Pokémon, die man dagegen nehmen kann. Und in Vorbereitung, dass Heatran kommt, möchte ich jetzt auch noch die Heatran-Konter, die ich auf der Hand habe, mal ein bisschen pushen, wenn da noch was übrig ist. Vorher zeige ich euch aber mal hier, Heatran ist am Start. Hier als Andi Wanderer. Andi der Wanderer hat nämlich damals mit mir gemacht. Ich habe sogar schon, wie ich sehe, 105 XL-Bomb-Boms. Das heißt, ich brauche theoretisch nur ca. 60 Raids machen, wenn es wiederkommt. Und zwei Raid-Manias, fertig, bam. Na, es wird auf jeden Fall eine feine Sache. Ich freue mich drauf. Wir haben hier von Andi der Wanderer ein hundertprozentiges. Und hier haben wir ein zweites. Das wurde am zweiten Tag des Go-Festes gefangen. Steht sogar hier unten. Pokémon Go-Fest 2021, Tag 2, Raid. Das haben wir sogar live im Stream gemacht, als ich unterwegs war mit Hannes und mit Iswo. Wir können ja auch schon mal gucken, wie hoch der kommt. Der kommt denke ich mal auf 4.244 und ist damit natürlich über 200 WP dann höher, als das Q-Ram. Ein 98er Shiny müsste hier sein, was ich auch mal auf 40 gepusht habe. Also bei den Dingern habe ich wirklich eigentlich ausgesorgt. Da sind hier genügend Shinies drin. Das sind andere. Hier ist schon wieder ein 2140er. Das müsste auch nochmal ein 98er sein. Ich habe fast mehr Shinies als normale davon. Aber egal, mal gucken, was kommt. Vielleicht kommt ja trotzdem noch ein 100er Shiny. Jetzt packen wir mal hier die Pokédex-Nummern rein von den Pokémon, die wir eben hatten. Jetzt ist das wieder unten. Das sind also Konda gegen Heatran. Hier ist Turok dabei, aber Turok haben wir ja eh schon auf Level 50 gezogen. Level 50, Mega-Entwicklung, 100% Shiny, Best Buddy, auch noch alles dabei. Also das braucht man nicht. Wir haben damals ein bisschen gepusht und haben ein paar Geowatts hochgezogen, die ich persönlich sehr cool fand als Pokémon. Hier mit Lehm, Schelle und Erdbeben auch 100% noch auf Level 50 gepusht. Da habe ich eine ganze 6er Armee gepusht damals. Wir könnten aus Spaß eigentlich ein Alola-Geowatts mal nehmen und hochziehen. Das machen wir jetzt einfach mal. Wir nehmen einfach das, dass wir hier was zu pushen haben. Wir pushen den auch jetzt mal auf Level 50 mit 596 WP dazu. Kommt auch auf 3334, hat Voltwechsel und Stromstoß. Der ist also sehr interessant. Und ihr seht, das sind genau die gleichen WP wie bei dem normalen. Also 3334 und hier habt ihr auch 3334, nur halt jetzt mit Bart. Hier haben wir einen Don-Fun, was ich auch eigentlich ganz cool finde. Da haben wir auch genügend Bonbons. Hier Konda Erdbeben ist da drauf. Den pushen wir jetzt auch einfach mal auf 50. Der kommt sogar noch höher. Der kommt auch auf 3407. Also über 33 auf 34. Nehmen wir einfach mal mit. Ist auf jeden Fall auch ein cooles Pokémon. Freue ich mich auch schon auf die Shiny-Einführung von Funfie und Don-Fun. Dann gleich dabei. Konda Erdbeben, lass mal jetzt mal. Wir wollen damit ja eh nichts machen. Dann habt ihr hier, seht ihr, Sumpex ist dabei. Sumpex habe ich zum Beispiel immer als Bodenangreifer gespielt in den Raids. Mir war das gar nicht so wichtig, dass der die Cedar-Attacke bekommt. Ich habe damals immer alle mit Lehmschuss Erdbeben gemacht und das war unsere Armee, wenn wir Duos gegen Heatran gemacht haben. Mittlerweile jetzt hier auf Level 50 müsste das also noch leichter gehen. Den haben wir hier am Start. Den Rest lassen wir jetzt erst mal so. Oh, ein Libeldra hat man irgendwann mal gepusht auf Level 50. Der ist jetzt hier auch dabei mit Bodenattacken, obwohl der in der Luft rumfliegt. Der lustige Libeldra dann Frau Deluxe haben wir hier. Ein Groudon dabei. Ein hundertprozentiges. Leider war ja Groudon, seit es XL gibt, noch nicht wieder wirklich richtig in den Raids. Es war nur am zweiten Tag des Go-Festes halt da mit allen anderen, aber da würde ich mich freuen, da das noch komplett hochzuziehen auf Level 50, genauso wie bei Kyokre. und ansonsten noch ein paar gute Groudon mitzunehmen. Da ist auch hier Lucky, da sind Shinies dabei, da ist, was weiß ich, hier Knackrak, die sind aber auch alle schon auf Level 50 gezogen. Hier auch wieder mit Best-Buddy Schleife, das brauchen wir also nicht. Da haben wir ein Rionior drin, was ein Glückshundertprozentiges ist auf Level 50 mit Best-Buddy und allem drum und dran auf 4200. Ich glaube, da könnten wir theoretisch ein zweites noch nehmen. Und auch mal, ich muss mal kurz nach den Attacken gucken, die haben nämlich, der hat gerade mal Lehmschelle, Erdbeben, Steinkante, 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 Felswerfer, Felswerfer, Endlich mal einer mit C-Day-Attacke, Katapult, Felswerfer, ich glaube, da werde ich den nämlich noch nehmen und noch hochziehen, dass ich endlich mal ein Rionior mit der C-Day-Attacke, Felswerfer habe, weil die natürlich besser ist als Steinkante. Hier zwei geteilt und macht 110, während das hier gerade mal 100 macht und ganz ist. Das heißt, das ist im Prinzip dann das Doppelte. Also Rionior, auch noch eins hochgezogen hier. Stalobor, aber auch ein Level 50er hier dabei, auch hier schön als mit Boden und so weiter. Das können wir weglassen. Demeteros, können wir auch noch zeigen. Demeteros, auch richtig guter Bodenangreifer, obwohl der da irgendwie auch in der Luft rumfliegt. Haben wir damals auch durch einen Lucky Trade ein 100% Demeteros erhalten. Haben das damals auch schon auf Level 50 gepusht, hier auf 4.434 und ein zweites 100%iges Demeteros ist hier auch noch da. Das sind im Prinzip Zikonda gegen Heatran. Nehmt einfach Boden-Pokémon. Nehmt eine 6er-Armee von irgendwas. Rionior müsste ja dabei sein. Viele haben das natürlich als Gesteins-Pokémon, aber das könnt ihr trotzdem auch als Boden-Pokémon nutzen. Vom Seeday müsste da was da sein. Zumpex müsste vom Seeday da sein bei euch und ansonsten, wenn ihr ein gutes Groudon habt, packt es nahe oder irgendwelche Knackracks vom Seeday, die eigentlich noch sinnvoller wären, als wenn ihr jetzt Zumpex von Wasser auf Boden umstampft und Rionior von Gestein auf Boden umstampft. Nehmt einfach Knackrack. Drache brauchst du nicht, den machst du auch als Bodenangreifer, hast ja genügend andere Drachen. Das waren im Prinzip meine Konda gegen Heatran. Mein Ziel steht fest, Heatran Level 50, 100% zu pushen. Jure haben wir jetzt erreicht, haben wir geschafft und ich freue mich auf den Januar trotzdem. Bei Genesect werde ich es ruhig angehen lassen, das ist ja neu drin, in dieser Form, die wieder kaum anders aussieht, außer hinten, dass der Bipfel anders aussieht und kann auch nicht shiny sein, also da werden wir mal ein bisschen, da machen wir dann mal Urlaub. Wollt ihr sehen, dass ich Hannes und Isbo und so alles, das ist im Januar und da werde ich mir, wenn Genesect da ist, mal eine Woche Auszeit gönnen, aber trotzdem vorher natürlich das mit Heatran mitnehmen und wenn Riggi Ice kommt, habe ich auch wieder Spaß damit, denn den als Hunderter noch zu bekommen vielleicht, ist auch eine feine Sache, freue ich mich auch auf die Raid Mania, ansonsten war es das jetzt von meiner Seite aus. Ihr könnt ja mal eure Ausbeute von Kyurem reinschreiben, was habt ihr so an Kyurem bekommen, was ist euer bestes Kyurem, habt ihr auch einen Hunderter, nach wie viel Raids habt ihr einen Hunderter bekommen und werdet ihr haltens auch 50 pushen oder habt ihr einen Shiny bekommen, was ist euer bestes Shiny, freut ihr euch auf Heatran, schreibt es mal rein, das war es von meiner Seite aus, wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dahin, Peace out, vorhaut, euer Aufnahme beenden, Ramses, ciao.